Auf der anderen Seite! Auf der anderen Seite! Wir wollen halt echt nicht rausspringen! Jungs, rausspringen! Oh, da war ich muss mit denen mal reden, ey. Das checken die sonst nicht. Leute, ihr müsst zu schnappen! jump 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 wenn man den arm aus okay meiste ich soll zu dir kommen oder mach mal bei mir gar nicht so fast doch machen ja natürlich oh gott Oh shit! Kannst du mir in der Basin schnell abholen, wenn du willst. Haha, ich bin schon rausgeschoben. Letztens fand SPMG wieder. Ich... einfach... nicht cool. Dann kann ich auch gleich die Lappet auspacken, ne? Könntest du, aber du kannst damit nicht rennen. Die Hocken... Hocken aber mit SPMG auch nur irgendwo rum, glaube ich. Ey, das ist denn... So, Server. Unterstrich, Unterstrich, Server, Unterstrich, Unterstrich, Wo bist du? Wie Kills hab ich nicht gemacht? Acht Kills bis jetzt sind sechsmal gestorben, ne? GG. Oh, da... Hinten steht ne Hure und gelandet und die Klappe hinten offen. Schau, das hat eh ein wirklicher Lackschott werden können. Hallo, Sir. Hey! Hey! Un... Unfair. Hello, Sir! Hier einfach nur unbedingt fliegen, weil ich hier gerade so rumgefließt habe. Leckt mich am Arsch, das ist geil. SPMG-Fotze, wirklich, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist unfassbar. Ich spiele zwar Zafi, aber Zafi ist nichts gegen SPMG. Naja, komm, ich finde... Ja, ich meine, es ist ja immer noch Kaliber 7.62, ne? Es geht ja noch. Ja, aber schon mal 3.38, es kommt ja schon sehr, sehr nah an die Nabe dran, eigentlich, die SPMG. Ja, ich denke, es ist zwar eher nur so auf Short Range, aber... Ähm... Trotzdem hast du halt ne ungeheure Durchschlagskraft und brauchst du da eigentlich auch nur einen Schuss, oder? Mit der SPMG, oder? Äh... SPMG macht... Ich meine, das wissen Sie noch One-Hit, ja. Das finde ich halt so irgendwie... Da ist der Spielspaß nicht mehr so gegeben. Ich meine, gut, wenn der Snipe passt, dann ist ganz klar, aber... Mein Kumpel hat, glaube ich, sogar einen Server, ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber das ist ohne SPMG und Navid. Ja, das ist halt schnell. Bei mir fährt wieder, äh, Dings, die ist da rum hier am Berg. Strider. Ja, ich schau mal, dass ich mit dem Mohawk irgendwo jetzt verdampfen kann. Würde ich nicht, aber... Du willst. Ja, wusste ich's doch. Dann hab ich mal gekillt. Also ich würde jetzt instant zu dir vor, ne? Mach, mach, mach. Hast du deine Kacke ausgemacht? Meine Kacke, ne? Den Heli. Ja, schon. Na, ist danke. Ja, manche, es gibt so Spezialisten, die lassen den an, und dann läuft der, und dann läuft der, und dann läuft der, und dann läuft der. Und dann hängt er erstmal so fünf Kilometer, fünf... Stunden auf deinem Ohr hier, wenn du hier die ganze Zeit rumstehst, und dann... Na, es ist wirklich... Ich hab's hier zwei gekillt, gerade einer liegt da auf der Straße, der andere liegt da oben. Was, die sind hier schon wieder? Oh. Äh. Über uns werden gleich welche rausspringen irgendwo. Hä? Ja, war einer über uns. Ah, ich kann nicht draufschießen. Ah, haha. Ja, ich hab mich überdestroyiert. Ja, ich hab... Ich hab zwei rausgeschossen. Und dann ist er runtergegangen. Oh, da kommt doch noch einer. Da vorne ist noch einer. Ach, scheiße. So schnell krieg ich den nicht. Kommt schon wieder was angefahren. Porn auf der Straße. Hinter uns jetzt. Positiv. Süden. Ich laufe außen rum. Was? Der kann... Achtung, der kann der durchschießen. Der hat mich... Ich weiß nicht, ob er dich gesehen hat. Der kommt... Ich konnte da Ewigkeiten nie durchschießen, und es schießt der da einfach... SPMG merkt selber, ne? Ich verstecke dich da erstmal und dann warte, bis er kommt. Außer, ey. Außer, ey. Außer... Wie weit war der an dir dran? Ja, ich bin down. Es war... Ja, es war der gleiche. Ja, es sah aber eh gleich aus, ne? Bin ja eh gleich gewonnen. Ja, schon. Aber trotzdem ist es einfach... Es ist... Der hat 30-0 der Typ. Schau mal an. Na... Er hat keinen... Er hat keinen Tod. Oh... Ohne Scheiße, ich kaufe es extra nochmal um Heli, um den noch einmal zu killen. Einfach nur... Einfach aus Prinzip. Okay, wir mal kurz wo der war... Der war... Äh... Irgendwo... Da hinten war der, oder? Jump, 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 jump. Du nicht, du nicht, du nicht. Ja doch, spring raus, spring raus, spring raus. Bist du raus? Ja. Ja. Ich freue mich, dass Paird ein bisschen von weiter... Ja, ich auch. Das Problem ist, wird der Typ. Ja gut, das ist eh gleich aus. Ja, ich weiß, dass es gleich aus ist, aber... Alter, eine butterweiche Landung. Ja, bei mir, ne? Vielleicht kann ich da auch noch ein wenig aus dem Fallschirm schießen. Komm, spring raus, spring raus, spring raus. Oh mein Gott, wie viel denn Headshot seines Lebens gedrückt hat. Alter, und der Typ hängt immer noch in der Luft. Ja klar. Ach, scheiß ich. Es ist halt so, wenn du nicht im Gewinnerteam bist, kriegst du halt nur 1000, ne? Das ist halt... Oh, der hat nochmal einen gekillt. Wo war denn der Kerl? Keine Ahnung. Der war rechts wahrscheinlich irgendwo. Der musste irgendwo noch gewesen sein, der... Was, die Opferleute waren auf dem Bluford Tower? Also wirklich. Läuft's. Super. Ja halt, Blufo ist halt das Team, ne? Ja, stimmt. Also wirklich. Hoffentlich kommt das eine gescheite Map, ey. Ja, hoffentlich, ey. So, Kavala oder so. Naja, Kavala... Mein Lieblingsweg ist Sophia, alter, Blufo abkämmen. Das ist göttlich. Das ist so geil. Also wirklich...